Wir machen eine Bootstour! Hoffentlich sehen wir Delfine! Zur Not sehen wir wenigstens Robben, haben wir gerade erfahren. Ja, Robben sind auch schon mal süß. Das sind ja fast C. Und zwar fahren wir zum Loch... Ich hätte mir den Namen merken sollen. Was mit C und danach ein U? Und das da hinten, was so voll in den Wolken verschwunden ist, kennt ihr vielleicht noch von meinen wunderschönen Sonnenuntergangsfotos von 2008. Das sind nämlich die Black Cullens, die man gerade gar nicht gut erkennen kann, aber irgendwie sehen sie trotzdem toll aus. Und das süße Ding da, direkt am Strand, das Häuschen, das ist die Grundschule von Elgol. Könnt ihr euch Grundschulunterricht mit so einer Aussicht vorstellen? Ich könnte mich voll nicht konzentrieren. Ute hat Angst, seekrank zu werden. Du schaffst das! Eben, acht Minuten, das kriegen wir ja wohl hin.